Die Türkei ist NATO-Partner und es muss unser Interesse sein, die Türkei in diesem Bündnis zu halten. Aber wir weisen die Türkei darauf hin, dass wir bei der völkerrechtlichen Legitimation dieses Einsatzes große Fragezeichen haben. Und wir weisen sehr deutlich auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hin. Eine längere Belagerung Afrins. Man denkt natürlich schnell bei Belagerung in Syrien an Aleppo und die Strategie eines Aushungerns. Das wäre nicht akzeptabel. Und da mahnen wir die Türkei auch zur Zurückhaltung.